Parashvashayi ist die Bezeichnung für Asanas mit Beugen zur Seite. Angelina zeigt ein paar Seitbeugen und Drehungen, während ich ein paar Worte dazu sage. Parashvashayi ist eine der Asana-Gruppen. Es gibt zum Beispiel die Klassifizierung in drei Gruppen, die Uttanaka, das sind die starken Dehnungen nach vorne und nach hinten, dann gibt es Parashvashayi und da sind die Drehungen wie auch die Seitbeugen und dann gibt es die sogenannten Naishadikas und das sind die Entspannungsstellungen und die Meditationsstellungen. Die Parashvashayi sind solche, die helfen, seitlich sich zu öffnen, seitlich zu dehnen. Die Seite stehen auch immer im Kontakt mit Ida und Pingala, Sonne- und Mondenergie. Auch für die Wirbelsäule ist es gut, sich zur Seite zu beugen und zu drehen. Die Einteilung in drei Asana-Gruppen ist eventuell etwas nicht ausreichend, denn es gibt ja noch die Gleichgewichtstellungen, es gibt die Kraftübungen. Aber grundsätzlich könnte man sagen, die Einteilung in Seitbeugen, Parashvashayi, Drehungen, dann Vor- und Rückbeugen, wie auch Meditationshaltungen, Gleichgewichtsübungen, das wäre eine Einteilung, wie man die meisten der Asanas einteilen kann. Ja, mehr Seitbeugen und Drehungen findest du auch auf unseren Internetseiten yoga-vidya.de Gib dort einfach ein Seitbeugen oder auch Drehstellungen und dann findest du sehr viel dazu. So.